Ist aber auch nur ein Spaß Report incoming, Alter Digga, warum botte... Ja! Digga! Er ist einfach der Boss, muss man ihm lassen So gut denn ich aber auch, ey Kann ich liegeln, ey heißt sogar so, warum lachst du ihn aus? Oh, nicht true, Alter Keine Brücke mehr Ja, ja, ja Alter, noch viel Boah, du bist so hart 169 ohne springen, ne, you know Ja und, ich hab letztens in nem Video mit Eisenschwert MLG gemacht von 169 auf dieser Map Mit Eisenschwert und Bogen hab ich von oben MLG gemacht Hä? Digga! 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 Ich hab's Aufnahmen Nee, nicht mit dir Er hat's gesagt, Digga! Bei Chatbon! Provokation! Provokation! Digga, wie viel Ping hat denn der Typ Wer denn? Chatbon Ich steh, ich steh da und er kriegt einfach alles Kann nicht igeln, will mich als Friend adden Ja, wow Nehme ich mal an, ne? Boah, ich bin so ein sozialer Typ Ja, ohne Spaß Social Guy, Digga Mit deinen 10.000 Abos Ja, 552, provoziere mich nicht, ja Chatbon! Er ist der Boss im Igeln Ich nehm wieder auf Ich nehm, wie gesagt, 24-7 auf Gewöhn dich dran Ja, dann kann ich ja gar keine Provokation Boah, mach einfach Digga Kannst hier über jeden ablästern Ich bin kein Lästerer Digga, als ob die das Bett oben frei haben, ey Es ist der ein Scheißernst Enjoy, MLG Als ob ihr alle verreckt seid, alter Verkack eiern Wie er leckt? Weil er blockhitted oder was? Blockhitter Legger, alter Was will der von mir? Und der andere läuft runter, gut game Ob ich das MLG verkackt hab Also das war echt ne starke Leistung, muss ich echt sagen Ein MLG aus der Höhe zu verkacken, ist ne starke Leistung Der ist halt Max R95, aber der ist schon krass da hinten Hä? Wo ist der letzte Typ? Das war in unserem Bett? Ich bin jetzt grad wirklich zurückgerannt, ne? Er wollte flyen Hä? Wo war der? Ach, der hat sich geleckt runter! Stimmt ja Deswegen hab ich den Kehl bekommen